Hallo und herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Für Sie am Mikrofon ist Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Es geistert ein Schreckgespenst durch Politik und Leitmedien. Dieses Gespenst betrifft uns alle, es schafft Grundlagen für neue einschränkende Maßnahmen und seine Anhänger sind völlig kompromisslos. Worum es geht, hat Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck wie folgt zusammengefasst. Die Zustände werden immer dramatischer, Wälder brennen, die Polarkappen schmelzen ab, die Partikelzahl von CO2 in der Atmosphäre nimmt immer weiter zu. Wir laufen auf einen Zustand hin, den wir das letzte Mal vor drei Millionen Jahren auf der Erde hatten. Sagte Robert Habeck bereits vor zwei Jahren und es geht natürlich um den Klimawandel. Kein Tag vergeht ohne das Warnen und Mahnen von Regierungspolitikern und Fernsehmoderatoren. Ob der Mensch aber tatsächlich solch einen großen Einfluss auf das Klima hat, wie wir es tagtäglich hören und welche Gefahr für die Menschheit eigentlich viel drängender wäre, darüber spreche ich heute mit dem Physiker, Geophysiker und Autor Prof. Dr. Wulf Bennert. Gleichzeitig plant die deutsche Bundesregierung, künftig den Ausbau von Windkrafträdern massiv auszubauen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach vor wenigen Tagen von vier bis fünf neuen Windrädern pro Tag. Ermöglicht wird das durch ein neues Gesetz, das Anfang Februar in Kraft getreten ist. Dass dies die Energiesituation in Deutschland aber nicht verbessert, sondern damit die Versorgungssicherheit faktisch nicht mehr besteht, sagt der Analyst und Journalist Rüdiger Stobbe. Auch mit ihm werde ich gleich in der Sendung sprechen. Ein Großprojekt der anderen Art plant derweil die Hansestadt Hamburg. Der Hamburger Hafen soll um eine Größe von rund 40 Fußballfeldern erweitert werden. Auch um die Sicherheit von Waren und Gütern in Deutschland zukunftssicher zu machen. Das Projekt stößt jedoch auf großen Gegenwind. Ich frage gleich nach bei dem Präsidenten des Unternehmerverbands Hafen Hamburg e.V., Gunter Bohns. In einem Kommentar von Frank Warlich geht es dann schließlich um politische Intrigen und Berliner Strippenzieher rund um die Personalie der deutschen Innenministerin und hessischen SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind, hier bei Kontrafunk aktuell. Liebe Hörer des Kontrafunks, da wir von YouTube wiederholt aus politischen Gründen gesperrt oder mit Sperrung bedroht wurden, veröffentlichen wir unsere Sendungen hier nur noch sporadisch und bruchstückweise. Zum Nachhören und Herunterladen der Tondateien besuchen Sie bitte unsere Webseite kontrafunk.radio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017